Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead. In der letzten Folge ist verdammt viel passiert. Wir mussten Larry töten, Mark wurden die Beine abgeschnitten und uns zum Abendessen serviert. Und wir wurden jetzt im Endeffekt eingesperrt und müssen einen Weg rausfinden. Ich weiß, es war notwendig, aber ich wünschte, dass Cleve nicht so was zu tun hat. Ich bin mir überrascht, was es zu tun wird. Du, äh, denkst du, dass wir zu viel? Nur eine wichtigste Sache, jetzt. Wir sind weg von hier. Wir haben das, was wir müssen. Was jetzt? Du hast keine Ideen? Der Luftwärmung. Es gibt vielleicht einen Ducken hinter mir. Oh Gott, was sie tun, um dich zu holen? Geh weg. Ich muss nur... Ich habe dich gesagt, geh weg! Lilly, ich bin sorry. Geh nicht mit mir, Lilly. Geh nicht mit mir mit mir. Larry wollte... Fuck you! Du denkst, er wollte das? Natürlich nicht, aber... Du wirst nicht wissen, was er wollte. Du wirst nicht wissen. Du wirst nicht mit ihm eine Chance geben. Vielleicht nicht. Vielleicht... Vielleicht sollte ich viel versuchen. Aber ich weiß, dass er dich liebt hat. Er will dich weg von hier raus. Da sollte sich ein Ayrduck sein. Vielleicht ist es großartig, für einen von uns zu fahren. Ich weiß nicht, Lilly. Ich weiß nicht, wie ein langer Schuss. Wie ist die Ayrkonditioner weg? Ich denke, ich kann es weg. Wenn ich etwas zu entfernen, um die Schrauben zu entfernen. Die Multitool. Natürlich, sie hat es. Shit! Vielleicht gibt es etwas anderes, wie wir nutzen können. Ich habe eine Rache. Ah, eine Rache wird nicht helfen. Aber eine Bühne könnte das Problem machen. Du hast eine Bühne? Nein. Wenn wir diese Schrauben entfernen können, sollte die Ayrkonditionen schnell runterkommen. Hm. Wir müssen... Ich erinnere mich dran, dass Larry mal gesagt hat, er hätte noch eine Münze in seiner Tasche. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Pfff! Das ist natürlich schwierig. Warum nicht? Du kannst mich alleine alleine weg? Entschuldigung, Lilly. Aber wenn wir rauskommen, wir brauchen deine Hilfe. Und Larrys. Ich denke, ich habe einen Weg raus. Aber ich brauche etwas, um die Schrauben auf der Konditioner zu entfernen. Wenn du etwas hast, was ich für eine Schrauben? Oder etwas? Nein. Was für ihn? Ich bin. Ich weiß, das ist eine schlechte Zeit für ihn, aber nach dem Motor Inn, Larry... Larry hat gesagt, etwas über die Schrauben in seine Schrauben. In anderen Worten, mein Vater ist besser für dich, zu dir, als dass er alive ist. Wenn er alive ist, und hat die Gehe für uns rausgekommen, wirst du dir das sein? Du denkst, dass er es für sich selbst hält? Was willst du? Meine Schrauben, um seine Schrauben zu lösen? Du... 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 Da war meine Vermutung gar nicht mal so schlecht. Hier gehen wir. Zwei Quarters... ... und ein Weiß. Es scheint draußen zu regnen auch. Also nehmen wir uns die Münze und schrauben den Ventilator ab. Das ist gar keine schlechte Idee. Meinst du, du schaffst das? Wird sie es schaffen? Oh-oh. For God's sake, Lee. Didn't even get to say goodbye. Get in here. I got an idea. Stay here. Take care of Lily, okay? I will. Oh God. Was haben wir hier? Die können wir vielleicht noch gebrauchen. Sind das Organe? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja. Oh, Gott. Was ist mit diesen Leuten? Vielleicht sollte ich nicht den Moment durch da. Diese Runde würde niemandem Schmerzen geben. Okay, da müssen wir das andere weglegen. Ich glaube, das ist besser geeignet. Jesus. Jesus. This is where they butcher people. Sick bastards. All of them. Jesus. This is where they butcher people. Sick bastards. All of them. Okay. Soweit haben wir hier alles. Was ist das? Das hilft uns nicht weiter, soweit. Okay. Oh, Gott. Hey, watch your step. That's slippery. Die Sichel wollen wir nicht nehmen. So what's the plan? That dumbass is so caught up in his own rant that we could probably sneak right up on him. Just stick behind me in case anything goes down. When we get to the front, grab his gun. Sounds good. Okay, you ready? Yeah, let's go. Stay close. Okay, wir schleichen uns voran. It ain't right making me stay out here all night. I didn't do nothing. They just treat me like I'm some kind of screw up. Dad, what are you doing outside the barn? Oh shit. Just guarding the place, like you said. Well, keep sitting out in the rain like a damn weirdo. Mama says we can't keep that many folks alive and not expect trouble. Pick one to keep and kill the rest. Can I pick which one to keep my eyes? Not the kid. Not enough meat on him to pray. They're talking about killing us. No shit. Oh, I know, Mabel. This is my favorite part two. We'll take him out together. We'll walk right out. He doesn't know where out. He's gotta walk past us to get to the big locker. We can take him out when his back is to us. See what he's doing now. Hey, keep your eye on him. Oh, Quatsch. Ich glaube, er ist direkt vor uns. Ja. Ja. Oh oh. Oh oh. Das tut weh. Das tut weh. Where's my family, asshole? You can't have them. We need the vet. No! Cat! Lee, come on! Just go. I won't be far behind. You see? You understand now, don't you? You can have me. It's how the world works now. Get part of yourself, so others can live. Mark never volunteered to be food. You gotta keep me alive. If you kill me, the meat gets tainted. You can't eat it. You're already tainted. You ain't gonna kill me. Just like you didn't kill Jolene. You don't have what it takes. Fucking coward. Wollen wir ihn töten? Aber wir haben auch schon so viele Menschen auf unserem Konto. Ich weiß es nicht. Wir müssen ihn eigentlich töten, weil er hat auch vor uns zu töten. Aber eigentlich sind wir auch die Guten. Ich weiß es nicht. Eine schwere Entscheidung. No! Nein! Gott, nein! Katja! Just go. Ich bleibe Clementine safe. Und das hat Clementine natürlich wieder gesehen. Aber wir mussten es tun. Kenny! Wo ist Kenny? Es ist ein riesen Gewitter aufgezogen. Das ist nicht gut. Carly. Carly! Lee? Ow! Shit! Is everyone okay? We heard screams as we were coming up to the house! They attacked us! I knew it! I told you we couldn't trust them! Shit! How many of them are there? Two left! Where? Larry's dead! They chopped off Mark's legs and tried to feed them to us! Shit! Is everyone else okay? They've still got Duck and Katja in the house! And I don't know where the fuck Kenny is! Alright! We're coming in to hell! The main gate is too dangerous! Go around the fence and see if there's a back way in! I'll keep looking for Kenny! Do you have a weapon? I don't leave home without it! Ben, stick close! And Lee, be careful! Carly! Jetzt redet sie uns doch noch! Es war ne gute Entscheidung ihr zu vertrauen! Stop! Just shut up and you'll be fine! Something's up. I'mma take the boy and check around. No! Please don't take my boy! Let's go, woman! Better bound! I don't wanna hurt y'all! Andy? Danny? Is that you? What's going on out there? That is me! Lee? Oh, my God! Come here! Let me go! Oh, oh! Lee! Get back! Don't come in here! You've been time to go! You've opened around, didn't you? Let her go, Brenda! Wir müssen da rein. Und an dieser Stelle, das hab ich schon einmal gespielt, bin ich verzweifelt. Lee! Please, don't you take another step! Britt! Come on now! You know you don't wanna do this! Just go away and leave us be! Stop right there! I mean it! Und das meine ich damit. Und das meine ich damit. Das ist eine verdammt schwierige Stelle im Spiel. Das ist eine verdammt schwierige Stelle im Spiel. Aber nicht von den... Aber nicht von den Entscheidungen her, sondern vom Gameplay an sich. Stop right there! Ich meine es! I mean it! So, jetzt darf man nichts machen. Bis sie sich wieder beruhigt hat. Glaube ich. So habe ich das in Erinnerung. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber... Ich weiß noch nicht wie lange das dauert. Und... Man darf da nichts... Das ist jetzt wirklich eine schwierige Stelle im Spiel. Man darf nichts klicken oder ähm... Sonstiges. Äh... Think about your husband, Brenta. What he had wanted, his dairy turned into a... A slaughterhouse! A killer, Lee! Ah... Ist das Mark da oben? Ist das ja verdammt laut. Stay back! Don't do anything stupid! Let her go, Brenta! Please, let's do it! I'll do it! Please! Wir müssen weiter gehen. I don't wanna kill you, Lee! Please, don't make this any worse! Just stop! Und er hat sie gleich. Ich denke... Sie wird...